Ach krass, Alter, wenn du was ausdringst, hast du ne Empty Solar-Can oder was? Ja, ja, hast du so. Das hat man schon immer gehabt, jetzt schon länger so. Ja? Ja. So, ich hau mir mal das Fleisch rein und so. Das Geilste wär ja, wenn so Knochen übrig bleiben, Digga, vom Fleisch. Hast du ne Hatchet? Nee, ja, hab ich schon, Alter, das brauch ich alles nicht. Oh, Alter, lol. Wieso kommt der Hund so ein hier rein? Warte, soll ich mal nen Crossbow versuchen, oder? Ah, ah, der lässt schon ab, der Chill. Nicht irgendwie rumballern, wenn's nicht sein muss. Aufmerksamkeit zu erregen ist irgendwie unnötig. Wieso läuft der Hund so? Ich geh mal drüben rein. Ja. Das ist so unnötig Aufmerksamkeit für andere Leute. WTF? Ah, hier ist so ein kleiner Ranzen. Den nimm mal mit, den kannst du auseinanderschneiden. Nee, Jerricane, wie soll man das denn machen? Na, indem du auf dein Tool klickst. Ja, aber ich kann doch den Ranzen nicht mitnehmen, dann lege ich doch meinen Ranzen ab. Ähm... Kannst du deinen danach wieder aufnehmen? Bestimmt mach ich aber nicht, weil die backen immer teilweise übelst weg. Hinter dir? Ja, ja, lass ihn doch. Die sind ganz gechillt. Komm, lass hier wieder raus hinten. Lass mal stratzen. Lass die Beine in die Hand nehmen. Wir sind nur noch tausend Meter, dann sind wir schon bei der Stadt. Okay. Nicht wirklich viel gefunden, ey. Ne. Ein Zombie ist heißer für uns. Nur einer? Ja. Hm. Naja. Kannst dich doch umgucken. Naja, mach ich schon. Naja, mach ich schon. Vorne fängt die Stadt gleich an. Lass mal rüber über die Straße. Nach rechts oder was? In den Wald? Ja. Ja. Bestimmt, rennen wir genau gerade auf so einen Typen mit dem Gilly zu. Hihihi. Links guck ich gerade mal. Da ist aber auch nichts. Die Zombies sind immer noch so penetrant wie am Anfang, ne. Manchmal nervt's schon. Manchmal möchtest du dem Typen einfach mal ne richtige Faust geben. Karin, electro-friendly. Decker, wer ist denn hier friendly, Alter? No. No. Einfach mal durch den Wald hier. 900 Meter noch, dann sind wir schon da. Ich hätte halt gern mal saugern ein Fernglas, ne. So, jetzt können wir in die Stadt reingucken. Ja, das ist ja nicht mal die Stadt hier. Das ist nur so ein... Da brennt's. Ja, ja, da oben. Weiß ich. Wollen wir mal gucken gehen? Ne, ne. Ist da was abgestürzt? Alter, der Zombie rennt immer noch hinter dir her. Die haben kein Hobby, die Leute, Alter. Soll ich ihn umnieten? Ah, ah. Ich versuch hier mal loszuwerden. Jetzt haut er mich nämlich zweimal oder versucht's. Wo bist du? Hier. Links neben dir. Geh jetzt mal so ein bisschen außen rum. Hör auf zu laufen. Okay. Dann ist er vielleicht weg. Soll so aus, als wenn du eben gelaufen bist. Das Ding ist einfach, das brennt da einfach nur. Das ist voll hässlich. Aber war das nicht mal so, dass wenn da ein Heli abgestürzt ist, dass es so ne Bugs gab? Ne, gibt's auch so ab und zu einfach. Geil. Na lass mal hier oben rein, jetzt mal ein bisschen weg. Aber wir müssen jetzt 800 Meter hier geradeaus einfach den Weg. Okay. Alter, rechts brennt überall. Ja. Geil, die Leute. Not whitelisted. Bam. Finde ich aber gut. Das ist halt gut. Hier können halt nur Gruppen auf den Server. Da kommen halt nicht so vereinzelt Leute rauf, weil das sind vereinzelt sind sie ja immer Cheater. Und in der Gruppe, kann das natürlich auch sein, dass sie hacken. Aber es ist weniger der, der, also weniger. Also es ist wahrscheinlicher, wenn Leute in der Gruppe da sind. Als wenn jemand jetzt einzeln drauf kommt und dann jeder drauf joinen kann, der Bock hat. Der Server ist auch gut besucht, ne? Ja, ja. Ich wollte gleich mal gucken, wie viele drauf sind, aber ich glaube es sind einige. Ja, es sind 47 glaube ich ungefähr. Ich will jetzt nicht die ganze Reihe da auszählen, aber es sind bestimmt über 40, 50 Stück. Schon ne Menge. Oh, da unten könnte vielleicht ein Auto sein. Guck mal, wie weit das offen ist alles da. Ne, also ich sehe Autowracks, aber... Eigentlich auch nur. Sollen wir unten in dieses Haus da rein? Ne, da lohnt mich wahrscheinlich. Hinten links an der Scheune sind zwei Zombies, die laufen. In welcher Scheune? Links. Geil, auch wie du dich bewegst, Digga. Wie du da stehst und die ganze Zeit deinen Körper drehst, wo du da in die Richtung gucken willst. Halt ja auch einfach alt gedrückt, das ist viel unauffälliger. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Wir sind hier nicht bei Call of Duty, ey. Ja. Linke Seite, wo die Scheune ist, rechts, also davor sind zwei Zombies. Bisschen kurz am Gebüsch. Ander sind zwar weiter. Passt, sehe ich gar nicht. Reinzoomen mit rechter Maus, das sind frisch. Ja, ja, hab ich gemacht. Ging trotzdem nicht. Hart. Grafikkarte ist zu schlecht. Glaube ich auch. Würde ich zurückschicken. Hm. Zwei Zombies sind links. Neben uns. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Aber wenn du ne Map hast, dann ist eigentlich alles koscher. Der, dieser Typ nervt so ab. Dieser Agente Soldier, Digga. Dieses kleine Kind. Der, der ist nur am Spam, Alter. Aber gibt's hier nicht diese, gibt's nicht eigentlich die Regel, dass man das nicht darf? Doch, schreiben ja. Nur reden nicht. Ach so. Du kannst dich tot schreiben, wenn du willst. Digga, aber es ist doch trotzdem penetrant, ey, die ganze Zeit den Chat von dieser kleinen Kröte da offen zu haben, ey. Und immer zu sehen, was der für'n Scheiß schreibt. Interessiert gar keinen. XD. Okay. Warte mal. Ich fähre die Kirche. Ich, äh, ich muss jetzt erstmal gucken, wo das Einkaufszentrum war. Das Einkaufszentrum war hier unten links, wenn's das überhaupt war, noch. Das Einkaufszentrum kann ich sehen von hier, glaub ich. Das ist da hinten links in die Richtung, die du guckst. Hm. Ja, da ganz hinten ist es, ja. Dann lass uns mal... Lass uns mal... Lass uns erstmal hier unten in den Scheu mal ein bisschen was abchecken. Ja, ich hätte sonst gesagt, wir gehen mal in der Kirche vorbeischauen. Ja, schau erstmal, dass wir eine Lee Enfield für dich finden oder so. Was großkalibriges. Weil wenn die Leute vom Weiten sehen, der etwas großkalibriges Lee Enfield oder nicht, Digga, vielleicht sind sie dann ein bisschen abgeneigter von einem. Oder in den Kampf überhaupt erst reinzugeben mit jemandem, weißt du? Hm. So großkalibrige Sachen sind immer ein bisschen besser, Digga. Eingestützter Schutt ist hier. Kommt man da rein in die Scheune? Ja, lass uns erstmal hier rein. Da ist ein Zombie. Hier sind auch nur Zombies. Ah, hier sind Heatpacks. Da ist wieder so ein scheiß Ranzen. Was kriegt man denn aus diesen Ranzen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ist egal, komm. Komm auf. Close. Ich geh rechts in die Scheune, wenn du raus gehst. Ich geh links rein. Guck mal, ob du eine Enfield in Makarov oder sowas findest, keine Ahnung. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts drin. Außer einmal Gemlight. Schon wieder so ein verfickter Pissranzen. Gemlight. Hier ist noch ein kleines Gebäude, da geh ich mal rein. Ja, wir müssten ihn mal auseinanderschneiden, ey. Welches kleine Gebäude gehst du rein? Hier geradezu, das hier liegt Trinken und Pfeile. Ach, dieses kleine da, wenn du hinten wieder raus gehst aus diesem einen oder was? Ja. Ja, wir müssen uns echt koordinieren, Digga, weil ich bin so ein Typ, Alter, wenn ich dich kenne oder du nicht schnell genug antwortest, schieß ich dann immer, wenn ich dann jemanden sehe. Und dieses gelbe kleine Gebäude, ne? Ja. Okay. Hier ist Trinken, Digga. Ja, ja, deswegen. Nimm mal mit. Ich hab einmal aufgehoben. Ah, du weißt, dass du aus diesen Steel Bolts, hm? Wenn du rechts machst, make Nadel. Da kannst du jetzt eine Nadel draus machen. Echt? Dann packen wir die Dinger ein. Da kannst du, ja, aber wir sind ja zu zweit. Aber du kannst dir halt selber ein Blood Pack geben, eine Bluttransfusion. Oh, ich mach da mal eine Nadel draus. Mache die Tür dazu, bitte. Stecken die Nadeln? Die hier, die große? Ne, da vorne, ja, die große. Die andere Tür auch. Wenn ich hier grad am rumhantieren bin, Alter. So. You craft a needle. Ah, guck mal hier, Scrap Metal. Wenn wir jetzt noch, jetzt hab ich Scrap Metal. Wenn wir jetzt noch eine Linse finden und eine Endfield, können wir aus der Endfield eine CZ-550 Sniper machen. Okay. Ja, lol, wir haben echt eine Needle. Eine Nadel, lol. Stecken die, ne? Das weiß ich nicht. Kannste probieren. Make Needle. Nochmal eine neue Nadel. Guck nochmal kurz ins Internet, was man braucht. Also man hat Scrap Metal, braucht man eine Linse und eine Endfield, glaub ich war das. Und dann können wir eine CZ-550 machen. Geh bitte auf Escape, wenn du aus dem Spiel rausgehst. Nicht, dass du reinkommst und wieder schießt. Ja, warte mal. Ich leg mich mal hier hin. Das Problem ist, ich glaub dann pausiert ihr auch die Aufnahme, aber ich versuch's mal. Ja, ne, das ist schwul. Ja, ja, ich glaub das hat er gerade schon. Geht ja nicht anders. Ich muss ja auf den CZ-550. Ähm. So, warte mal. Lass das Scrap Metal mal im Ranzen. Ne, das steckt nicht. Es ist immer nur eine Nadel. Und jetzt könnte ich... Warte mal. Ich hab mal Aufnahme kurz pausiert. So. Äh. Tims. Du musst mir Deckung geben. Tims. Äh. Craft. Crafting. So. Gibt's da irgendwie... Gibt's doch die Seite, die ich dir geschickt hab gestern, wo man sich auch einmelden muss. Ja, und da find ich das alles, oder was? Ja, da hast du auch extra ne Crafting-Rezepte. Ich mach auch mal kurz Pause, YouTube. Ja. So. Das heißt, wenn ich jetzt auf Gear geh, wir haben jetzt Scrap Metal. Jetzt brauchen wir nur noch die Endfed. Dann kann man sich selber... Dann können wir ne... Weil ich hab das Advanced Tool, ja... Ja, dann brauchen wir nur noch ne Endfed, dann haben wir ne Sniper-Waffe. Alter, hier sind üüüüüübertrieben viele Zombies! Zur Kirche rechts rum, ne? Nee Willst du da rüber klettern? Ah, okay Da hast du ein Zombie gepullt Oh, ist doch egal, komm einfach Ja, lass zur Kirche rennen, komm Ja, bringt ja nichts Wenn wir eingepullt haben, wir können jetzt ja nicht langsam laufen Ja, dann lass uns mal hier durch die Durch die Zäune durch und so Hier vorne könnte ein Fahrrad stehen Heute steht kein Ziel, yay Versuch mich nicht so Hier rein, hier rein, hier rein, links, 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 links Hier rein Hier gibt's meistens gute Sachen In Waderin gefangen Ach, und? Da liegt ein Bloodpack Warum holst du denn nicht deine Dings raus, Digga? Deine Hatchet Ja, deine Hatchet Und nimmst die mit rein in die Hand Dann kannst du den Zombie doch wegklotschen Hier ist doch, hier ist doch zweimal trinken drin, ne? Ich hab dreimal im Ranzen und einmal noch in meiner Hand, Digga Ich weiß nicht, das brauch ich nicht Ich hab nicht genug Ich nehm mir einmal und trink was Create Hunter Kit, Alter Harvest Wood Collect Mud Deconstruct Gilly Net Okay, kompliziert Die haben abgelassen von uns Okay, man kann nicht trinken, wenn man mehr als 25% voll hat Da liegt noch was an am Eingang Hier liegt sonst nichts, ne? Ne, doch, am Eingang noch Ja, warte mal kurz Es ist sowieso nur Enfield Munition und dann, äh CZ, also dieses komische Zeug Eine Hatchet und eine Lee-Enfield-Heatpack sind das glaube ich noch Ah, Lee-Enfield-Mack Sollen wir das mal mitnehmen vielleicht? Warte mal, komm mal mit hier so Zur Kirche, oder? Schleicht mal Es ist ein Zombie Ja, ist ja egal Wie schleicht man nochmal? Gedrückt halt, ein Shift Ja, ist ja egal